Herzlich Willkommen bei Fordstalker mit einem Experiment. Die erste Blind Battle. Genau, das heißt, Colin und ich werden diese Brillen aufsetzen, durch die man wirklich gar nichts sehen kann und werden eine Runde FIFA-BM spielen und Tobi und Kevin werden uns dirigieren. So, das Spiel startet. Colin, wir machen... Wer hat den Anschluss? Links nach rechts? Zur Zeit ist erstmal Videosequenz. Mann, bin so aufgeregt. Ich auch so. Wir spielen das Heimteam. Wir spielen von links nach rechts. Okay, also wir sind die Niederländer, die Oranius. Genau, wir sind die Oranius. Deutschland! Es war ja klar, dass wir einen Vorteil verschaffen wurden. Wir haben übrigens die Steuerung auf zwei Knöpfe-Steuerungen gestellt und Schwierigkeitsgras auf ganz... Schwierigkeitsgras! Also es ist wirklich FIFA für Doofe, aber es ist schwierig genug, werdet ihr bestimmt gleich sehen. Ja, und das ist unser erstes Mal jetzt hier. Ihr dürft direkt live dabei sein. Wir haben nicht geprobt, das ist das Schlimme daran. Geht's los? Drück mal, drück mal Knopf irgendwie. Drück mal, wo sind wir? Drück mal, drück alles. B? Jetzt! Okay! Wer hat den Ball? Wer hat den Ball? Tolle nur, dass der Ball ansturz drückt. Na mal! Nach rechts laufen. Nein, nicht drücken! Pass! Nur drücken, wenn ich sage. Wohin laufen? Hier drück B! Hoch, pass! Hoch, hoch! Nach rechts laufen. Nach rechts hin ins B! Der Ball ist im Aus, wir haben jetzt eingelurft können. Okay, alles klar. Hatte ich ihn immer? Moment, Videosequenz. Wir sehen Joachim Löw. Die kann man abdrücken. Und jetzt nach rechts drücken mit dem Stick. Ja. Und A drücken. Alles klar, nach rechts laufen. Rechts laufen, hoch, 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 hoch. Das ist noch nicht im Spiel. Jetzt ist der Eindruck. Kann ich nach rechts laufen? Noch nicht drücken? Ah, okay. Weil Video hat einen ganz schlechten Schuss gemacht, ey. Wir haben den Ball. Du hast jetzt als Torwart den Ball drückt. Bitte B. Einfach nur B? Ja, B drücken. Wo bin ich? Dann muss ich machen. Gar nichts. Gerade gar nichts. Drück A. Scheiße! Ach, zwei Tastensteuerung. So, wir haben den Ball. Ja, rechts laufen. Nichts drücken. Hoch, 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 hoch. Lauf nach rechts laufen. Lauf nach rechts laufen. Lauf nach rechts. Wo ist er? Lauf, 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 lauf. Links, links. Schießen, schießen! Ohhhh! Torschuss! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist Torschuss? Du bist dominier rumgekriegt. Wir haben ihn ganz knapp am Tor vor. Ohhhh! Oh, gehalten. Der war gehalten. Manuel Neuer hat gehalten. Habe ich die beiden? Ecke, Ecke. Warum? A für die Flanke. Was kann ich tun? Wie kann ich das für ihn dann? Lauf mal ein bisschen nach links. Nach rechts drücken. B, 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 B. Nach rechts. Ohhhh! Manuel Neuer hat gehalten. Hat der ist das scheiße? Nach links und voll draufhauen. Okay, B, B, B hat den Ball. Nach links und voll draufhauen. Okay, und jetzt Abschlag in die Mitte. Jetzt sind wir ungefähr am Mittelkreis. Alter, sag was! Du hast den Ball. Links, links, links. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Faulen wie faulen. Weiter rechts, weiter, weiter. Hab ich den Ball? Ja! Ja, super! Links, links. Sehr gut. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ohhhh! Manuel Neuer hat gehalten. Meine Güte, der ist aber auch ein Tier. Was? Und der Leute nach links. Echt so laut hier! Darf ich was ich tun? Dann hab ich den Ball. Links passen. B, 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 B. Ah, schade. Links passen. Soll ich doch laufen? Links passen. Oben, 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 oben. Links laufen. Links laufen. Links oben, links oben. Jetzt B drücken, B drücken. Nein! Hab ich den Ball. Okay, wir haben ihn abgefälscht und wir haben eine Ecke gegen uns. Ja, okay. Wir haben eine Ecke auf links. Ich drück nach rechts und A wahrscheinlich. So eine halbe Flanke würde ich sagen. Ich weiß doch, die Drossierung nicht. Noch nichts passiert. Ja, ja. Jetzt kommt der Ball nach rechts. Schießen! Ja, sehr gut geklärt. Weiter nach rechts laufen. Habe ich den Ball? Passen links. Schießen! Gehalten von unserem Torwart von Silessen. Ich bin so gespannt, das zu sehen. Du musst abschlagen. Du musst abschlagen. Du musst abschlagen. Das ist richtig messig. Sehr gut, sehr gut. So, weil ungefähr Mittelhöhe. Ja. Jetzt haben wir noch eine Ecke nach rechts laufen. Ja, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Nein, links passen. Nein, links laufen. Ach, schreckst du. Ja? Okay, Video hat eine Ecke. Links, links, links. Hochpassen. Nicht, nicht, nein. Was war gut? Links, links, links. Soll ich irgendwo hinlaufen? Ja! Hab ich den Turm? Ja! Ja! Ich hab den Turm! War noch drin, oder? Ja! Ich hab den Turm! Ja! Ja! Ich hab den Turm! Ich hab den Turm! Ich hab den Turm! Ach so schlecht, du wär nackt! Ich bin nass geschwitzt! 1-2-0! 1-2-0! Wer war's denn? Das glaub ich, dass wir nicht sehen. Mist und du ist hier. So, jetzt aber, komm! So, du hast Angst, du bist A ist. Genau, nach rechts laufen, nach rechts laufen, nach rechts laufen, nach rechts laufen. Ja, oben ein bisschen oben. Genau, links, B rücken. Du, hoch passen, nach unten laufen, B rücken. Ah, nein! Schieß, schieß, schieß! Jetzt! 2-0! 2-1! 2-1! 2-1! 3-1! 2-1! 3-1! 3-1! 3-1! 4-1! Das muss alles gar nicht wahr sein. Wie du erzählt hast, schon wieder komplett allein vom Tor. Ich wusste aber gar nicht, wo ich hin muss. Du hast mir gesagt, ich soll das Tor schließen. Ich hab noch nie indirekt so viele Tore bei FIFA geschossen. Das Spiel meines Lebens ist von gerade. Das gibt's doch gar nicht, verdammte Tat. So, ich hab noch das Anstoß wieder, oder? Ja, noch eine Spielesequenz. Drück mal A. Ne, passiert nichts. B. So, jetzt ist das Anstoß. A. Selb ich mich noch mal links und versuch den Ball abzunehmen. Nach oben. Hoch, hoch. Sehr gut. Weiter rechts laufen. 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 Schießen, schießen! Was denn tut die anderen Neue ab? Wir haben schon wieder eine Neue. Wir haben schon wieder eine Neue. Alles gut. Du hast den Ball wieder voll nach vorne ab. So, wie heute Anstoß. Okay. Ball ist im Mittelfeld. Sehr gut. Runterlaufen, runterlaufen. Abstoß, okay. Ball fliegt, Ball fliegt. Nichts, links, 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 links. Passen und abziehen. Abziehen! Was heißt abziehen? Schießen, oder was? Ja, das will ich heißen. Abziehen, schießen. Oh, faul. Grobes faul von Bio. Ganz ehrlich. Ja, ich dachte, ich schieße. Wie kann ich denn fahren, wenn ich schieße? Okay, wir haben ja schon. Am besten so. Jetzt A drücken am besten. Bom, jetzt warm. Wir haben ja auch. Gut, okay, du hast den Ball nach rechts. Auf den links. Passen, passen, A drücken. Ball abnehmen. Ja. Rechts, 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 rechts. Ho, ho, ho. Nein, ich hab eben gepasst. Links, rechts. Runter, 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 runter. Ah, scheiße, wir sind ausgelaufen. Ist aber ausgelaufen. Okay, sehr gut. Ein Wurf Bio. Passen, ab links. Runter. Okay. Passen. Ja. Lauf nach unten, lauf nach unten. Weiter, links, links, links. Jetzt nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, ja, ja. Nein! Das kennst du doch nicht! Sieh ab! Wir haben gehalten, wir haben gehalten, wir haben gehalten. Wir haben gehalten? Ja, ja, aber sowas von. Ich weiß nicht, du musst mal gucken, ob du den Spieler wechseln kannst mit dem rechten Button immer noch bei der Zwei-Knopf-Steuerung. Ich weiß es nicht genau. Du kannst über die Schulter-Buttons wechseln, aber ich weiß nicht, ob das nicht noch mehr verwirrt wird. Oh, wir haben Fla verletzt. Die Innenverteidigung von... Wie? Ich hab doch gar nichts gehört. Ja, aber wir haben halt unseren Fla verletzt. Ach so. Ich muss eben auswechseln. Oh, man kann doch... Wir müssen auch sehr gerade gehört. Ich muss eben schnell auswechseln. Wir haben verletzt. Hab ich übrigens vergessen zu sagen, man kann auch mit dem rechten Trigger auch sprinten, ne? Das ist die geilste. Ja, ne? Habe ich das ganze Spiel aber noch nicht gemacht. Ach so, na gut, klar. Alles gut. Alles gut. Hab ich ja nicht gemacht. Bio drückter Start. Ich drückter Start? Ja. Man kann übrigens auch Tore schießen. Hab ich ja auch noch nicht gemacht. Okay, Colin. Hier ist der Controller. Wir müssen leider Fla auswechseln. Ist die Halbzeit? Nein, nein, nein. Die haben noch ausgewechselt. Vanille oder Schokofla? Ich glaube Vanillefla. Mit Soße. Frikandel. Und Feldmann kommt rein. Wer auch immer das ist. Feldmann? Ich finde das super. Ecke Deutschler. Ecke Deutschler. Wir müssen nach links. Sie hat noch nichts gemacht. In welche Richtung denn? Ja. Von unten nach oben. Das war eigentlich. Ja, dann köpft der den weg. Scheißegal. Ich schieß. Ja. Okay. Jetzt kommt der Ball nach rechts und B. Nach rechts und B. Ja, okay. Es ist viel zu weit. So Aus-Einwurf für uns. Wohin? Nach rechts A. Nach rechts A. Nach rechts A. Los drücken. Ja, sehr gut. Jetzt nach rechts laufen. Nach rechts laufen. Und Ball abnehmen. Ja! Ein bisschen Streck hoch. Sehr gut dabei. Schießen! Yes! Ja! Nein! Tor! 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 Also unsere Tore sah ja besser aus. War ein Anschlussstreffer jetzt. Ja. Wie gut. Und wer außer Arjen Robben könnte dieses Tor machen? Wunderbar. Der Ball steht immer noch 2 zu 1. Ja. Und wir haben auch noch die erste Halbzeit. Wie lange ist die denn überhaupt noch? Ja, das weiß ich auch nicht. Ziemlich stark. So. Anschluss. Anschluss Video. Wir passen hoch und direkt nach rechts passen. Und dann nach links laufen. Hat noch nichts gemacht. Jetzt Anschluss. So Ball ist wieder im Spiel. Ich glaube nach rechts. B. Links passen. Stopp. Spieler wechseln. Jetzt Spieler wechseln. Nach rechts. Nach oben. Nach runter passen. Und schieß. Schieß. Oh. Gehalten. 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 Alles gut. Du hast den Ball mit dem Torwart Colin. Nach rechts. Gut. Gut. Ball fliegt. Ball fliegt. Wir haben den Ball. Ja. Rechts. Schießen. Oh. Gehalten. Gebeuer. Du Tier. Ja. Mann, 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 Mann. Wir müssen dann an unserer Verteidigung arbeiten. Ich schieß mit. Der Neue hält aber auch alles, was es gibt. Das ist doch echt schwierig. Wir haben eine Ecke hier. Ja, ja, klar. Und wenn ich sage, nach rechts und B. Nach rechts und B. Was mache ich denn da? Lauf ein bisschen nach links. Erstmal A. Für den Schuss. Genau. Sehr gut. Nach rechts und B. Ach, scheiße. Video hat den Ball abgefangen. Das ist in der Luft. Höhe im Mittelkreis. Wir haben den Ball. Okay. Was? Links? Oh, wir haben den Ball. Der Ball fliegt in der Luft. Wir haben den Ball. Du hast ihn gerade wieder nach vorne geschlossen. Wer hat den Ball in der Verteidigung. Woateng. Links passen. Äh, 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 Spieler wechseln. B, 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 B. Ja, sehr gut. Hoch passen jetzt. Ja, links passen. Spieler wechseln. Oben B, 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 A. Scheiße. Nach links und links und links. Nichts passiert. Wir haben den Ball. Du hast den Torwart. Alles klar. Hamanns, oben am Tor. Okay, Ball fliegt. Ball fliegt doch nicht jetzt noch. Jetzt. Nach rechts unten. Nach rechts unten. Nach rechts unten. Nach rechts unten. Passen, passen, passen. Nein, Fotterklopfen. Ja, Tor! Ja, Tor! Nein! Nein! Scheiße! Wunder! Scheiße! Bei der Gerechtigkeit wurde genüge getan. Ah, genau. Tobi, wir müssen nur Torschis an! Ja! Ist gar nicht so leicht. Alter, Satanskrize, ey. Wir müssen jetzt unsere Taktik ändern. Haben wir denn schon eine Halbzeitpause? Noch nicht, noch nicht. Was für eine Taktik? Ja, weil, Tobi, wir das eben gemacht haben, war super. Einfach Schnur gerade durchrennen und den Gegner überwunden. Hier, bla 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 bla. Bis die sich gefackten haben. Ja, ja. Okay. Drück mal irgendwie an den Knopf. Du musst mir auch sagen, wenn du sagst, Torschuss in welche Richtung? Weil ich kann mich ja auch noch lenken, weißt du? Ja, ja, ja. Das gab du ganz schön vorhin. Ja, ja. Gut. Wieder pass hoch und direkt pass rechts und links laufen. Was? Pass hoch? Einfach. Pass hoch, pass rechts. Okay, mal ist das Spiel. Das Spiel läuft. Nach links laufen, pass hoch. Nach unten. Bim, bim, bim. Pass links. Pass links. Nach oben, nach oben, nach oben. Abseits. Klar, das ist abseits. Was heißt eigentlich? Läuft das Spiel noch? Ja, ja, ja. Was mach ich denn? Sehr gut. Ball fliegt, Ball fliegt. Höhe, Mittellinie. Du hast den Ball nach rechts laufen, nach rechts laufen. Und unten passen, unten passen. Ball abnehmen, Ball abnehmen. Ja, sehr gut. Ah, zu weit, schade. Zu weit, zu weit. Fertel den Ball. Du nicht. Wenn ich sag Ball abnehmen, wirst du nicht den Ball abnehmen. Ja, ja, aber passen schon. Das war eine Sekunde davor. Ja, ja. Nach links passen. Und jetzt laufen. Spiel nach unten laufen. Spieler wechseln. B, 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 B. Ja, mit dem rechten Button machst du Spieler wechseln. B, 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 B. B, B, A, Schall. Links passen, links passen. Nicht nach rechts laufen. Nicht nach rechts laufen. Unterpassen nochmal. Nicht nach rechts laufen. Okay. Links, 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 links. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Abziehen. Sehr gut. Pass hoch nochmal, und abziehen. Torwart hat gehalten. Sehr gut. Ah, Mann! Super. Nach rechts. Nach rechts laufen, A drücken, du hast den Ball mit dem Torwart. Jetzt fliegt der Ball. Fliegt. 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 Links passen, links passen, links passen. Ach, schade. Wie heute abgefahren. Weißen gibt's doch gar nicht. Links passen. Ok, nach links laufen, nach links laufen, nach links laufen. Hoch passen. Nach unten laufen. Oh, nach unten laufen, nach unten laufen. Ach, nein. Schieß, schieß. Nein, schießt! 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 Das gibt es richtig! Das wird viel! In der Nacht viel Zeit! Das ist schon länger noch. Durchgelackt! Das ist wirklich glücklich. Drei zu zwei! Ist das anstrengend. Das Bett hat gerade vibriert als Tor geschossen. Ja, mehr Ahnung. Ja, weil du gegen die Latte geschossen wärst. Aua! Wie Latte! Ist aber drin gewesen. Ach, wieso? Torwart war schon geschlagen und dann kam Özil und hat ihn abgestopft. Özil? So, Landstoß! Rechts! Rechts! Oben! Lauf! Passen! Runter! Halbzeit! Halbzeit! Yes! Ist das anstrengend! So weit so gut! Zartanschlag! Ich bin so gespannt, wenn ich das sehe. Sieht das bescheuert aus, wenn wir spielen? Nein! Es sieht so aus, wenn ich normal spiele. Super! Guck dir das an! Ehrlich! Ein Traum! Ein Traum von Tor! Wer bei der Wettmeisterschaft ein Spiel von Honduras gesehen hat, so sieht das ungefähr aus! Tobi, machst das super! Danke, Mann! Ich gebe mir alle Mühe! So! Guck, das war das Abstaubertor da gerade! Komm, wir überschringen die Halbzeit! Wir machen einen kurzen Cut! Ja! Ich weiß auch, was wir besser machen müssen! Ja! Ich weiß auch, was wir besser machen müssen! Komm, wir weiter geht's! Also, steht 3 zu 2 für Deutschland! Zweite Halbzeit beginnt! Brille auf! Ja! Ach, du hast die die ganze Zeit nicht aufgehabt, ne? Ja, genau! Betrug! Jetzt! Ich glaube, ich habe jetzt ein A gedrückt! So! Ne, geht dran! Wir laufen jetzt von links nach rechts! Oh ja, richtig! Vio hat Anstoß! Wieso denn? Du passt runter, du passt links und du leuchst nach rechts! Das ist übliche Spiel! Okay! Ist noch nicht im Spiel! Noch nicht im Spiel! Noch nicht laufen! So, jetzt ist der war ins Spiel! Okay! Lauf rechts! Nicht so viel grätschen! Erst wenn ich sage! Lauf nach links! 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 Ah! Zu früh geschossen, Colin! Ja, 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 ja! Wieder nach rechts abziehen! Der Neuer hat den Ball schon wieder vom Tor! Vio hat den Ball am Tor! Das war aber ein luschener Luschen! Neuer kriegt gleich eine Karte, aber der nichts macht! Sehr gut! Jetzt kriegt der Ball! Wir haben den Ball! Nach links laufen! Nach links laufen! Oben passt! Oben passt! Alles immer durchgesagt! Nicht nach unten laufen! Nach unten laufen! Pas, pass, pass! Was? Ja! Super! Nein! Ich hab getackt! Neuer hat den Ball! Neuer hat den Ball! Abziehen! Die Kontrolle ist aus! Die Kontrolle ist aus! Alles gut! Alles gut! Alles gut! So, stopp, stopp, stopp! Ja, okay! Und B drücken! Was machst du? Und A drücken! Was machst du? Mach dir doch mit ab! Ich geh weiter! Ja, okay! Rechts, rechts, rechts! Rechts, rechts! Okay! Das ist eigentlich nicht aus! Okay, Bilo ist jetzt ausgelaufen! Sehr gut, Bilo! Was? Du bist so schnell nach oben gelaufen! Wir haben einen Wurf! Drück nach links und einwerfen! Egal, egal! So! Alles cool! Nach unten passen! Was muss ich machen? Rechts, Ball abnehmen! Sehr gut! Nach links laufen! Hoch, hoch, hoch! Nach unten passen! Rechts, Ball abnehmen! Hoch, Ball abnehmen! Hoch, Ball abnehmen! Sehr gut! Hoch, Ball abnehmen! Ich hab das eigentlich mit der Brille einzuschlagen! Immer so nebenbei! Genau! Ich hab nur die Hand hingehalten! Wir haben jetzt wieder gefühlt! 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 Ich wusste doch, dass das Connets echte Augen sind! Wehe, ihr gefühlt! Oh, okay! Okay! Aber ist nicht schlimm! Okay! Ich hab natürlich das Tore geschossen! Wunderbar! Dreimal! Das übliche Spiel! Runter, unten, links, passen! Okay! Vio hatte Anstoß! Freibach Torschuss! Okay! Es geht weiter! Alles wieder im Spiel! Nach unten, links, nach unten, links! Hoch, passen! B! Rechts, passen! Unten, 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 unten! Links! Rechts! Verteilung! B! 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 Einmal zu viel gepasst! B! 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 Wir haben den Ball! Echt! Wir haben den Ball! B! 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 Nach links, nach links, nach links, runter, 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 passen, 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 passen. Ah, schade. Waren wir denn in der Nähe vom Tor? Ja, wir waren in der Nähe vom Tor. Oh Gott. Jetzt Einwurf, ungefähr Höhe vom 16er. Hey, Tobi kriegt grad graue Haare. Ey, ich geh kaputt heute. Rechts Einwurf für uns. Okay, Bio hat den Einwurf. Nach rechts passen. Bio hat immer nach unten und B. Oh, damit soll ich die Spieler wechseln. Hoch passen. Nach unten. Wie wechseln wir noch den Spieler? Rechter Button. Runter passen. Und nach oben laufen. B, 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 B. Runter passen. Nein! Lauf! Lauf! Schieß! Unser Torwart hat den. Oh Mann! Neuer Torwart. Hiermit machst du Spielerwechsel. Mit RB. Nach links und A. Nach links und A. Okay, jetzt schon. Okay, stopp, 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 stopp. Hoch passen. Hoch passen. Okay, wir haben den Ball nach links passen, nach links passen. Rechts hoch. Hoch. Ball abnehmen. Oben passen, oben passen. Links, links, links. Alles gar nicht schlecht. Nach links laufen. Okay, Ball fliegt in der Luft. Hoch passen und rechts passen. Nichts. Oh Gott. Was denn passen jetzt? Rechts passen, rechts passen. Nur passen ins Tor. Hoch passen. Hoch passen. Rechts passen. Oh Gott. Runter laufen, runter laufen. Okay, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. B. Sehr gut. Rechts passen. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Nach unten, nach unten, nach unten. Ja, ja, hoch, hoch. Zieh, zieh, zieh. Schieß, schieß, schieß. Schieß, schieß. Elfmeter für Bios, scheiße. Ja, Elfmeter. Okay. Aber wie geil. Elfmeter. Hab ich die weggelegt? Ja, du hast die voll weggelegt. Das kriegen wir nicht. Das kriegen wir nicht. Was drückt man bei Elfmeter? Im B oder A? Ja, irgendeinen Knopf würde ich sagen. Ja, an welchen denn? Das sage ich dir noch nicht. B wahrscheinlich. Oder A? Okay, Colin. Elfmeter ist glaube ich echt schwer. Ja, das stellt man sich immer so leicht. Aber ich glaube, das ist schwer. Du darfst weder entscheiden. Ich muss ja in dem Endeffekt nur um eine Elfmeter ausdrücken. Du kannst doch auch stehen. Nee, ich muss ja sagen, ob es nicht so ein grüner Balken ist. Du musst mir sagen, jetzt oder drücke ich oder was? Ja, mach, mach. Die Richtung suche ich mir aber aus. Kurz gedrückt halten und nicht komplett die Richtung, sondern nur halb die Richtung. Stopp, sonst verziehst du dich. Hey, nicht verzögern hier. Gib die Karte gleich. Okay. Und schieß halt. Und schieß. Jetzt. 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 Was machst du denn? Drückst du irgendwas? Ja, okay. Ich muss ja die Knöpfe ausprobieren. Was? Ja! Du! Ja! Du hast doch angetäuscht hier. Kann doch nicht sein, dass du mich vielführend mal da angetäuscht hast. Der Müller schon wieder. Echt? Ja, ich muss halt nicht welchen. Den muss ja ausprobieren. Ja klar, ich muss auch. Ja, ich werde dir auch nicht sagen welchen. Eigentlich war das total clever, weil du hast den Rhythmus abgebasen. Ja, ja, ja. Ja. Aber wir haben trotzdem nicht einen grünen Bereich, aber ist egal. Völlig egal. Tor ist Tor. Ich bin nicht richtig jetzt. 4-3? 3-2 oder nicht? Doch, 4-3 schon. 4-3. Wir haben einen Anstoß. A, nach rechts passen. Hoch, hoch, passen. Nee, das ist die falsche Richtung gewesen. Das war ein Schuss. Okay, Ball fliegt auf dem Torball. Okay, wir haben den Ball am Torball. Okay. Nach links und A drücken. Abstoß, schön. Genau. So, Ball fliegen. Ball fliegen. Mittelskreis nach links laufen. Nach links laufen. Ja, sehr gut. Pass hoch, pass hoch. Ach, schade. Okay, Vio hat den Ball. Nach rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. So, wir haben den Ball wieder. Ganz ruhig. Passen nach unten. Dreck. Mach Dreck. Passen nach links. Genau, sehr gut. Jetzt laufen nach links. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Nach links laufen. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Du drückst, du drückst, du drückst, du drückst, hoch, hoch. Jetzt raus. Ein Rauf nach rechts, 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 rechts. Jetzt machen wir einen mehr raus. Ein Rauf nach rechts laufen, nach rechts laufen, nach rechts laufen, nach rechts laufen. Was runter? Grätschen. Nach rechts laufen, nach rechts laufen. Grätschen, grätschen! Ja, lauf, 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 lauf. Schieß, 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 eigentlich. Unser Torwart hat ihn gehalten. Oh nein, nein. Dankeschön. Okay. Ah. Ich hab so einen Klatschlaß geboten, obwohl ich nichts sehe. Okay, Ball fliegt, Ball fliegt, Ball fliegt. Du bist ja auch die ganze Zeit angeboten. Rechts passen, rechts passen. Grätschen. Grätschen, nach rechts laufen, 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 nach rechts laufen. Hoch passen, nach rechts laufen, hoch passen. Okay, na, was ist jetzt? Was war das? Was ist? Freistoß? Freistoß für uns. Er hat uns gebollt. Was? Ich hab überhaupt nichts gemacht, wie kann ich mich denn fallen? Gute Position oder beschissen auf uns? Beschissen, in unserer eigenen Hälfte. A drücken... Okay, nach links laufen, nach unten passen, nach unten passen. Ball abnehmen. Sehr gut, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Rechts, 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 ball abnehmen. Nach links, nach links, sehr gut... Unter, unter, Ball abnehmen. Nach links, nach links, nach links, nach links. Nach oben passen, nach oben passen! Oh! Der arbeit gehalten. Da habe ich dich in der Hand gehalten. Möö, alte, kleine Träule! Jetzt ist nicht mehr lang. Wir müssen nur durchhalten und die Krüge auf. Okay, weitermachen, weiter drücken? So geil, wenn wir das gewinnen. Wir haben eigentlich einen Eckenkoll, wir haben ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach rechts. Stopp, 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 wieder zurück nach links, du rückst zu weit nach rechts. So, und jetzt A drücken für die Flanke und dann nach rechts und B. Nach rechts und B? Nach rechts und B? Ja, weil du das nach vorne kopfen möchtest. Nach rechts und B? Ja, also wir gehen ja richtig nach rechts. Jetzt noch A drücken. Na jetzt? Jetzt hat sie nach links und B! Sauber! Der hat alles anders geflogen als ich wollte. So, sie hat den Ball am Tor. Abstoß. Der geht nicht aus, der geht ganz zweites aus. Wunderbar. Okay, wir haben einen Einwurf in der eigenen Hälfte. Okay. Wohin nach oben irgendwie? Ja, der holt gerade den Ball. Wie vielze Minute? Weiß ich nicht, können wir gerade nicht sehen. Wir sind im Ball zu mehr Sud Ösi. So, jetzt nach links und einwerfen, nach links und einwerfen. Okay, nach links und passen, nach links und passen. Sehr gut, nach links laufen, laufen, nach links laufen, passen, passen, passen. Rechts, rechts, rechts. Ja, okay, nach links laufen, nach links laufen, nach links laufen. Nach links laufen, nach rechts laufen. Ja, von der, wie hin, sauber, links laufen, weg, zerschönen, sauber, sauber, sauber. Okay, die haben den Ball, trak. Okay, die haben den Ball, trak. Ja, man, wir müssen ihn mal... Ah, wehe ich den Ball. Nach links und ab. Er sagt so schwer, wenn man geht und dann doch den Ball bekommst. Naja, und dann vorne glücklich noch ab. Nach links, nach rechts fahren, passen? Ok, nach oben passen. Weg, nach oben passen, sehr gut laufen. Oh nein, und neunfass. Ist das alles zu viel falsch? wenn ihr beide passen ruft, wer hat denn den Ball? Du nicht. Oder doch. Einwurf nach rechts. Mach mal nach rechts. Jetzt ist die Ball im Spiel. Nach oben laufen. Nach links laufen. Nach links laufen. Nach links laufen. Nach links laufen. Runter passen. Gränchen. Okay, stopp. Nach oben laufen. Sehr gut, sehr gut. Nach oben laufen. Nach oben laufen. Nach oben laufen. Gränchen. Sehr gut. Nach links passen. Sehr gut. Laufen. Nach links laufen. Nach unten. Etwas nach unten. Wir dürfen der Tor schießen. Passen. 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 Nach links laufen. Nach links laufen. Nach links laufen. Nach links laufen. Schießen. Oh nein. Neuer schon wieder. Wieder nach rechts. Voll drauf. Aber ein bisschen mehr nach rechts. Ich freue mich auf das Video, wer das selber sehen kann. Ja, ich sehe es nicht. Neuer. Mach halt. Ball fliegt. Ball fliegt. Passen. Nach links laufen. Rechts laufen. Passen. Nach links laufen. Passen. 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 Hoch. Rechts. Ball abnehmen. Abpfiff. Ach scheiße. Abpfiff. Das war's. Ja. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Das will ich nochmal sehen. Nicht dem Elfmeter. Nur weil ihr einen Neuer habt. Echt? Die erste Flybattle-Klatsche. Wie viele Torschüsse der Neuer gehalten hat. Das ist unmenschlich. Das war doch mal so Luschi-Schüsse. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich will das jetzt nochmal sehen hier. Dieser scheiß Elfmeter. Verzögern hast du auch noch. Hast du super gemacht. Wir haben es aber eigentlich in der Theorie sehr gut gemacht, oder? Ich glaube wir haben das sehr gut gemacht. Ja. Wir sind auf jeden Fall Gewinner der Herzen. Das kann man glaube ich sagen. Das kann man so festhalten. Das kannst du ja verkaufen. Alles. Die Liebe der Menschheit. Die Liebe der Menschheit. Ihr kriegt einen Pokal für's dabei gewesen sein. Genau. Jetzt aber nochmal einmal. Jetzt gucken wir uns nochmal. In aller Trapp. Wie man so schön sagt. Dabei ist alles. Oh. Ja. War das nicht schön? Das war ein Trapp. Und jetzt kommt der Atten. Hey. Sauber. Aber schön reingelüpft. Wunderschön. Oh. Ehrlich. Ja. Absolut. Super Vorlage. Ach ja. Beim nächsten Mal machen wir alle kaputt. Ja. Weil wir einfach einen besseren Keeper gehabt hätten. Oh Gott ey. Wollt die in Deutschland unbedingt haben. Naja. Hat Spaß gemacht. War schön. So. Das war die erste Blind Battle Runde in der Geschichte der Vorzocker Videos. Und es sollte natürlich nicht die letzte sein. Deswegen sollt ihr bitte unbedingt Vorschläge machen. Welche Spiele wir noch dazu benutzen können. Ein Spiel wo wir gewinnen. Ja. Möchte ich dazu sagen. Ja Moment. Also es muss ja auch zum Beispiel jetzt nicht zwangsläufig ein Spiel sein, wo zwei Leute direkt, also Ansagen machen. Vielleicht gibt es ja auch Spiele, die wir einfach so blind gegeneinander spielen können. Was weiß ich. Lasst euch was einfallen. So Ego-Shooter. Zum Beispiel. Ja ich glaub das bringt's nicht richtig. Funktioniert wunderbar. Ich glaub auch zum Beispiel so Beat'em Ups bringt's nicht richtig. Weil da kannst du ja einfach Button meshen und irgendwann... Aber Rennspiele. Rennspiele sind süß. Rennsimulation im Splitspring. Ja. Naja auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Vorschläge. Schreibt in die Kommentare. Beileidsbekundung für die beiden Luschen hier. Sieger der Herzen. Sieger der Herzen. Sieger der Herzen. Sieger der Herzen. Das ist wirklich, dass wenn du im wahren Leben zehnmal anlaufen würdest, hätte der Schiener ja schon längst alle eingetübt. Ey du hast grad gegen ein Mädchen verloren im Fußball. Ne eigentlich haben wir gegen ein Tauchen verloren. Ja. Ich will nix hören. Der liegt ein dummer Spruch schon auf der Zunge. Überhaupt nicht. Seht ihr die schon an. Ist auf jeden Fall der beste Fußballco-Pilot aller Zeiten. Ich hab keine Ahnung von Fußball, aber wir haben gewonnen. Supergut. Abstauber. Du bist das gleiche wie gegen ein Mädchen zu verlieren. Jetzt hast du einen Schmuck gebraucht. Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Auf plus. Daumen hoch. So weird. eigene Anlaggelung ist. Vielen Dank.